It's not a lot to touch these bodies, when she was dancing just for me. Rock, baby rock, shark, baby slug. Rock, baby rock, shark, baby slug. Hallo, wir sind Brigitte Bordeaux und wir erzählen euch jetzt in 200 Sekunden, wer und was wir sind und was euch in nächster Zeit von uns erwartet. Brigitte Bordeaux, das ist die wundersame Mischung aus Brigitte Bordeaux, der französischen Filmgöttin, dem Bordeaux, einem der besten Weine der Welt und der Künstlerin Brigitte Bordeaux, die es tatsächlich gibt. Sie war früher Pornodarstellerin. Und dass Brigitte Bordeaux im Alter eine äußerst kontroverse Persönlichkeit entwickelte, gibt der ganzen Mixtur noch die Würze. Genau diese Bandbreite hat uns gereizt. Die wollen wir auch musikalisch voll ausschöpfen. Nichts, was nicht erlaubt ist. Wir veröffentlichen unsere Werke auf unserem eigenen Label Music Attractor. Musikalisch sind wir alle unterschiedlichst vorbelastet und geprägt. Wir wollen uns aber in keine Nische pressen lassen oder uns endgültig festlegen. Der NOW-Chefredakteur Klaus Wieninger hat geschrieben, wir machen Avantrock. Wenn er das meint, so soll es sein. Mit der EP-Serie Animus Quatu Or, einer Tetralogie, versuchen wir unsere Grenzen auszuloten. Die Essenz daraus wollen wir Ende diesen Jahres in unserem Album Essentia zum Ausdruck bringen. Musik Der Live-Moment ist uns extrem wichtig. Das Spüren des Publikums, das direkte Feedback, der Kontakt zu den Zuhörern. Gerade wenn man noch keinen Welthit am Start hat, den die Leute kennen, ist das spannend. Musik Vieles, was wir uns in den letzten zwei Jahren erarbeitet haben, ist auf einer Burg entstanden, in der wir uns zum Jammen in Klausur begeben haben. Aufgenommen haben wir dann auf einer Almhütte in der Steiermark. Und dabei fühlt man sich manchmal schon wie in Brooklyn. Musik Mit der letzten EP aus der Serie Animus Quatu Or schließen wir den Reigen von Glücklich-Unglücklicher Liebe über Trennung, Rückzug und Neuanfang bis hin zu gesellschaftskritischen Beobachtungen. The Gap heißt die aktuelle EP. Das Album Essentia folgt im Spätherbst 2012. Am Folgealbum wird auch schon gearbeitet. Die Malerin Martina Schätziner hat das Cover bereits in wunderbarer Art und Weise gestaltet. Das zweite Album wird Fibonaccis Bunny Lounge heißen und 2013 am Start sein. Lasst euch überraschen. Musik Unsere Videos produzieren wir selbst. Drehbuch und Regie, Cutting, Feintuning und Finishing. Musik Wahrscheinlich sind wir so etwas wie fleißig oder getrieben oder beides. Musik Die erste Single Jacuzzi Jerusalem haben wir im Dezember 2011 released. Das Video dazu im November in Wien gedreht. Musik Das Video zur zweiten Single Ideocracy haben wir auf Jamaika gedreht. Die Idee gegen xenophobe und idiotische Zustände Stellung zu beziehen, ist und bleibt uns ein wesentliches Anliegen. Die Instrumentals, die wir auf allen EPs einstreuen, zum Beispiel Cream Guateau, sind eine Liebeserklärung der anderen Art. Ich liebe verzerrte Gitarren und Stoner Rock und immer wenn mein Gefühlsleben nicht so geklappt hat, habe ich mir eine Kaios Intervention in voller Lautstärke verabreicht. Daran soll diese Nummer erinnern. Rock Baby ist unsere dritte Single nach Jacuzzi Jerusalem und Ideocracy. Der Song thematisiert den Besuch einer Striptease Bar. Fast alle Männer treibt es offenbar irgendwann dorthin und im Nachhinein finden es alle lächerlich. Diese Bars und ihre Girls bleiben Strange Attractors. Und das wollen wir im Video zur Single mit einem Augenzwinkern auflösen. Rock Baby rock Rock Baby rock Rock Baby rock Yeah, we got the Musclefarm Blues. Wir haben den Song in verschiedenen Varianten mit diversen Texten aufgenommen. Eigentlich wollten wir ihn schon verwerfen. Mit neuen Texten und Drumgroves ist der Song dann plötzlich so unaufgeregt dahergekommen und hat sehr sphärisch funktioniert. Scheitern, Rückzug und Neuanfang. Wenn die Erfüllung alles Wollens und Seins auf einer Miesmuschelfarm passieren soll, dann bitte gerne, jederzeit. Aber in Wahrheit freuen wir uns auf die Katharsis, die bald kommen wird. Und auf einen Ausflug in Richtung Lucky Lands, das wir mittels Oceaneering erreichen. Bewahren Sie und bleiben Brigitte Bordeaux. Und wir sehen uns auf www.brigitte-bordeaux.co.uk Facebook.com slash Brigitte Bordeaux Bei unseren nächsten Gigs Oder im nächsten oder übernächsten Leben. Musik Oder im nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020